Wenn ihr eure Männchen in die Tentel sehen, schreckt eure Arme so nach vorne aus. Genau. Jetzt die Handfläche nach außen. Genau. Die Daumen müssen also jetzt nach unten zeigen. Und jetzt den rechten Arm über den linken. Und dann die Finger so zusammen. Jetzt ist ganz wichtig, dass die Daumen später nach unten zeigen, wie es wieder fest und wieder fest zusammen geht. Genau. Und jetzt machen wir wieder alles nach. Achtung. Ich habe aber hier die Daumen. Wir müssen nach unten. Das gebe ich euch mal so mit nach Hause. Könnt ihr ja noch ein bisschen rufen gehen. Aber nächstes Mal, wenn wir uns sehen, werde ich euch dieses Referat. Das heißt, als jetzt ist es...